Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 9-1 Operators wie immer noch in der Stadt Chicago. Ja, ich würde sagen, wir starten eine neue Schicht und wir nach Lichtbeginn. Also wir haben ja jetzt eine Woche Pause einlegen müssen. Ähm, weil ich leider keine Zeit hatte, letzte Woche aufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe auch, Grant kommt, ne, kommt diese Woche planmäßig, das weiß ich leider noch nicht. Das muss ich noch angucken, wie weit das Projekt kommen wird. Ich hoffe, es kommt. 9-1-1, was ist deine Erdbeerung? Hallo, denn hier haben wir ein Problem. Okay, bitte sag mir, was ist passiert. Weil es ein Mann auf der Straße ist. Entschuldigung? Was bedeutet das, Herr? Ein Mann auf der Straße. Er hat den Straße und wurde auf der Straße gestorben. Das ist ein Mann auf der Straße. Das ist ein Mann auf der Straße. Das ist ein Mann auf der Straße. Wo sind Sie von, Herr? Wir sind in dieses brokenen Gebäude. Wo ist es genau? Old Factory hat... Is er conscious? Ich denke, er ist. Ich meine, ich weiß nicht. Well, er ist heavy breathing. Okay, ist er moving? Er moves a little, mit den Legen und den Händen auf den Seiten. Listen, listen. Is he bleeding? No, no. Er ist stung auf der Straße. Der Straße ist stark. Und er ist auf der Straße. Wir können nicht move ihn. So die victim kann nicht move? Ja, er kommt mehr. Wir können ihn mit Janusz und helfen ihn. Janusz, Sie sind positiv. Und nun, Sie sind eine greifung. Okay, okay. Wir sind sehr gut, aber es ist so gut. Do you have something with you that you could use to stop the bleeding? I don't know. No, I don't. It's just my jacket. Okay, I want you to try to put something on the wound and apply pressure to stop the bleeding. Do you understand? We need ambulance here. Please, I want you to stay with the injured man. Send your friend to the road and he can guide the ambulance to your location, okay? All right. Done. I want you to try to stop the bleeding. Apply pressure so his condition doesn't get worse. And then please call again if it does. Okay, okay. Ja, also das war jetzt ja mal ein Gespräch, ey. Requesting support. Requesting support. Requestion support. Der Red. Wenig Polizei. Wie sieht es denn da aus? so also das war jetzt ja wieder etwas was ein bisschen aufwendiger war was gesprächsstoff angeht gut dass das passt dass das so was finden Ah, nee, sonof. Big enough to be worried about. Send help. Is the fire spreading? I don't think so. Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Bye. I'm listening. Heading over there. Do you have to work or do we have to do the same thing? Sprech. Da muss der Rettungsdienst hin. Rastlosigkeit und klar, ja, läuft der Rettungsdienst. Läuft der Rettungsdienst. What have you done enough? 911, what's your emergency? Help. I chopped my leg off. You chopped off your leg? I helped my cousin in the workshop. Pushed wood with my leg and then slipped into the press. I can't take it out. Please help. Do you have something to tie around your leg? No, just some tools. An axe and a hammer. Okay. Where are you calling from? At... Alright, take off your shirt then. What? I want you to take off your shirt, tear it up if necessary, and firmly tie it around your leg, just above your injury. Okay. Done. Okay, keep calm. The ambulance is on the way. It'll be there in a few minutes. Hurry. Good. I know this won't be easy, but I need you to calmly breathe. Relax. The ambulance will arrive soon. God, I... I think I'm passing out. No, you're not. Keep talking to me. Tell me. Do you have a girlfriend? Yeah, yeah. I have a fiancée. Okay. We were... We were going to get married in two months. Oh, God. We've... Let's just let it end. You're going to be fine. I need you to stay awake. Please tell her that I loved her. Okay, will you? If... If I'm passing away here, say that I'm talking about her. I beg you. You promise? Yes, I promise. Yes, I promise. Concert. 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 Case resolved. Concert. 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 Okay, I'm going to get ready. Let's go. Absolutely. So... I want to get ready. I can't, I... Es läuft... und wieder ein Anruf. So, wie lange habt ihr diese Stomachpain gehabt? Über eine Stunde. Es hat plötzlich angefangen. Okay, ich sende die Ambulanz. Danke. Danke sehr. Ich warte, dass sie hier kommen. Bis zum nächsten Mal. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Pol. Aber das kann man sicher nicht aussuchen, ob wir in der nächsten Folge weiterkommen und was wir in neue Fahrzeuge bekommen. Und zwar das seht ihr in der nächsten Folge, denn es ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen natürlich schön und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke. Ciao.